Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute mal ein etwas einfaches Video, aber ich möchte es trotzdem machen, weil ich danach gefragt wurde. Und zwar geht es heute mal darum, wie wir den Windows 10 Entwicklermodus einstalten. Der Entwicklermodus von Windows 10 erlaubt uns zum Beispiel unsignierte und nicht vertrauenswürdige Apps zu installieren. Das ist natürlich nicht gerade vorteilhaft, wenn man nicht weiß, was man tut, aber gerade wenn man mal was ausprobieren will in einer virtuellen Maschine oder man weiß, welche App man installieren möchte oder man will sogar vielleicht eine eigene App mal testen, dann muss man den Entwicklermodus einschalten. Und wie das geht, das zeige ich euch hier in diesem Video. Fangen wir also erstmal damit an, dass wir die Einstellungen von Windows 10 öffnen. Und dazu gehe ich hier in mein Benachrichtigungscenter rein und dann hier auf alle Einstellungen. Hier wählen wir nun aus Update und Sicherheit. Gehen hier auf die rechte Seite und jetzt hier auf den Punkt für Entwickler. Und hier haben wir nun drei Einstellungsmöglichkeiten. Einmal die Einstellung hier, die Apps nur über den Windows Store zu laden. Hier die Option Apps quer zu laden, also auch vom Arbeitsplatz oder vom Netzwerk Apps zu laden. Oder hier den Entwicklermodus Apps von allen beliebigen Quellen zu laden. Wenn wir jetzt hier unseren Punkt rein machen, bekommen wir noch eine kleine Abfrage. Die Abfrage hier mit Ja bestätigen und schon ist der Entwicklermodus hier eingeschalten und wir können alle möglichen Apps installieren. Ja, das war es erstmal dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.